Slowenien wurde das neueste europäische Land, das den Staat Palästina anerkennt. Das slowenische Parlament stimmte dem Antrag der Regierung zu, einen solchen Schritt zu unternehmen und folgte damit dem Beispiel von Spanien, Irland und Norwegen. Die slowenische Außenministerin Tanja Fayon beschrieb dies als einen sehr bedeutenden Moment. Slowenien hat eine historische Entscheidung getroffen, den Staat Palästina anzuerkennen. Ich bin stolz darauf, dass sowohl die Regierung als auch das Parlament den nötigen Mut hatten, Teil dieser Initiative zu werden. Unsere Hauptbotschaft ist, dass wir wollen, dass das Unrecht, das dem palästinensischen Volk zugefügt wurde, behoben wird, und wir erkennen sein Recht auf Selbstbestimmung an. Der slowenische Premierminister bestätigte, dass die Bemühungen zur Anerkennung des Staates Palästina als Reaktion auf die Ausweitung der israelischen Operationen in der südlichen Stadt Raffach im Gazastreifen beschleunigt wurden. Die einmonatige Offensive hat den Zugang der meisten Lastwagen mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen Hilfsgütern für die Palästinenser, die Hunger leiden, unterbrochen. Die israelische Armee startete am Dienstag eine Bodenoperation im Flüchtlingslager Borei im Zentrum des Gebiets. Lokale Krankenhausbeamte bestätigten, dass bei dem Angriff auf das städtische Flüchtlingslager elf Palästinenser ums Leben kamen, darunter drei Kinder und eine Frau. Diese Situation ereignet sich zu einer Zeit, in der internationale Vermittler auf eine endgültige Antwort von Israel und der Hamas auf den Plan des US-Präsidenten Joe Biden warten, der darauf abzielt, den Konflikt in der Enklave zu beenden und alle Geiseln freizulassen. Biden sagte, dass der Drei-Phasen-Plan tatsächlich von den Israelis vorgeschlagen wurde. Aber die Führer des jüdischen Staates haben in den letzten Tagen widersprüchliche Nachrichten gesendet, indem sie den Vorschlag zunächst begrüßten und sich später davon distanzierten, während sie sich verpflichteten, den Krieg zur Zerstörung der Hamas fortzusetzen.